Ich liebe Familien, Komfort so sehr. Ich werde einer Bäuerin, der vorzugeben, die zu mir zieht. Ich wohne im Regionalzentrum. Den 44 Jahre alt, 174 Zentimeter groß. Ich rauche nie, trinke nie. Bei Frauen schätze ich vor allem. Anstand. Ich suche eine Lebenspartnerin. Der Größe nicht wichtig ist, weil meine eigene Größe nur 155 Zentimeter beträgt. Und leider bin ich eine behinderte Person mit Körperabhängen. Aber ich kann und mag es zu arbeiten. So plane ich prechter und schweifernieter zu werden. Und da dachte ich ohne behörliche Anordnung gehe. Als freie Mann auf freiem Land arbeiten kann. Ich bin auf freiem Land. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020